Wolf Dietrich Auf der Königsburg Salneck lebte der König Waldung mit seiner Gemahlin Liebgard. Sie hatten eine gar schöne Tochter namens Hildburg, und so sehr liebten sie ihre Tochter, dass sie beschlossen hatten, sie solle sich nimmer von ihnen trennen und niemals eines Mannes Gemahl werden. Hug Dietrich, der König von Konsternopel, hatte von der Schönheit Hildburgs gehört und beschloss, sie mit List zu erobern. Er erschien eines Tages als junge Frau verkleidet auf dem Plan vor der Königsburg Salneck und schlug dort seine Zelte auf. Der junge König Hug Dietrich war nämlich ein gar feiner Jüngling mit einem mädchenhaften Gesicht, so dass man wohl glauben konnte, er sei Hilde Gunde, die Schwester des Königs Hug Dietrich, für die er sich ausgab. Begleitet war die schöne Hilde Gunde nur von dem Herzog Berchtung, der zu Meran herrschte. König Waldung schickte den Reckenherr Degen auf den Plan vor die Königsburg, um die schöne Hilde Gunde zu begrüßen und sie in das Schloss zu geleiten. Hier gelang es der angeblichen Hilde Gunde bald, die Gunst der Königin Liebgard zu gewinnen, und besonders erfreut war die Königin darüber, dass die angebliche Hilde Gunde eine Meisterin in der Stickerei und in allen weiblichen Handarbeiten war. Sie bat selbst Hilde Gunde, die Lehrerin ihrer Tochter Hildburg zu werden, und so kamen Hug Dietrich in seiner Verkleidung und Hildburg zusammen. Nach kurzer Zeit schon verriet Hug Dietrich der Prinzessin Hildburg sein Geheimnis, und sie vermählten sich heimlich miteinander. Doch bald wurde Hug Dietrich nach Konsternopel durch einen geheimen Boten berufen, weil dort sein Thron und Reich in Gefahr waren. Der Turmwächter von Salneck war ein Vertrauter Hug Dietrichs und diesem empfahl er seine Gemahlin an. König Waldung und Königin Liebgard waren gar erstaunt, als Hilde Gunde, die Freundin der Tochter, plötzlich verschwunden war, doch machten sie sich darum weiter keine Sorge, zumal sie bald darauf für längere Zeit eine Reise antreten mussten. In dieser Zeit aber genas Hilde Gunde eines Knebleins, und als dann König Waldung und Königin Liebgard von der Reise zurückkehrten und ihre Tochter in deren Kemenate aufsuchten, musste das Kindlein verborgen werden. Die Kemenate Hildburgs befand sich in einem festen Turm, und der vertraute Turmwächter nahm das Kindlein an sich und ließ es für die Zeit des Besuchs, denn die Königin ihrer Tochter abstattete, in einem Korbe vom Turme herunter bis in das Gebüsch, das am Fuße des Turmes wuchs. Hier entdeckte aber ein Wolf das Kindlein, riss es aus dem Korbe heraus und trug es bis zu der Stelle, wo die vier jungen Wölfe ihr Lager hatten. Die Wölflein waren nicht hungrig und zerrissen das Kind nicht, sondern versuchten mit ihm zu spielen. Unterdessen war die alte Wölfin auf neuen Raub ausgegangen und sie lief dem Könige Waldung, der mit einigen Begleitern auf der Jagd war, gerade in den Weg. Der König verfolgte zu Pferde die Wölfin, erlegte sie kurz vor ihrem Lager mit dem Speer und fand dann in diesem die junge Wolfsbrut und inmitten derselben den kleinen Knaben. Die jungen Wölfe wurden von den Treibern erschlagen, den gefundenen Knaben aber nahm König Waldung zu sich auf sein Ross und er beschloss, ihn Wolf Dietrich zu nennen, weil er ihn bei den Wölfen gefunden hatte. Der König brachte den lieblichen Knaben nach Hause und auch die Königin freute sich sehr über das gefundene Kind, bald gestand ihr aber Hildburg, dass Wolf Dietrich ihr Sohn sei. Und kurze Zeit darauf kam auch Hug Dietrich nunmehr ohne Verkleidung nach Salneck, um in allen Ehren um Hildburgs Hand zu bitten. König Waldung wies ihn schroff ab, als er aber erfuhr, dass der gefundene Knabe, den er in sein Herz geschlossen hatte, nämlich Wolf Dietrich, sein Enkel sei, wurde er milder und gestattete die Heirat Hildburgs mit Hug Dietrich. Das Paar zog darauf mit Wolf Dietrich nach Konsternopel und hier wurden ihm noch zwei Söhne geboren, Boge und Wachsmut. Frühzeitig aber starb Hug Dietrich und ließ seine Frau als Witwe zurück. Nach der Bestimmung seines Testaments wurde sein ältester Sohn, Wolf Dietrich, sein Thronfolger und dem tapfern Herzog Berchtung von Meran zur Erziehung übergeben. Während nun Wolf Dietrich bei Berchtung in allen ritterlichen Künsten unterrichtet und ein Meister in Führung des Speeres, des Schwertes, aber auch der Wurfmesser wurde, hatte die verwitwete Königin Hildburg in Konsternopel an ihren Söhnen Boge und Wachsmut wenig Freude. Diese beiden Söhne neideten nämlich dem abwesenden Bruder Wolf Dietrich das Anrecht auf die Krone. Wer weiß, sagten sie, ob er überhaupt unser Bruder ist. Er ist ein Findling. Bei einem Wolfe wurde er gefunden. Vielleicht ist er ganz gemeiner Abkunft eines Knechts Sohn und dieser soll König von Konsternopel werden. Es fanden sich schlechte Menschen, welche die Brüder Wolf Dietrichs in ihrem Glauben bestärkten. Vergeblich warnte die Königin Hildburg ihre ungeratenen Söhne vor dem Laster des Neides und vor allen Feindseligkeiten gegen Wolf Dietrich. Schließlich empörten sich die Söhne gegen die Mutter, ließen sich durch einige Getreue als gemeinsame Herrscher von Konsternopel ausrufen und entblödeten sich nicht, ihre gute Mutter aus Konsternopel zu vertreiben. Flüchtig, erschöpft von der langen Reise, gebrochen von Kummer und Sorge, kam Hildburg in Meran an, um dem ältesten Sohne mitzuteilen, dass er durch die Nichtswürdigkeit seiner Brüder um Thron und Heimat gekommen sei. Doch Herzog Berchtung ging in seine Rüstkammer und holte hier das Schwert, das Hug Dietrich, der kühne Recke, Zeit seines Lebens geführt und das er als Erbteil für seinen ältesten Sohn dem getreuen Berchtung übergeben hatte. Dieses Schwert übergab Berchtung dem Wolf Dietrich und sagte ihm, Das ist das Schwert eures Vaters, das er als Erbteil euch hinterließ. Mit diesem Schwerte werdet ihr die Tapferkeit, Kühnheit und Unerschrockenheit eures Vaters annehmen und diese Eigenschaften werden euch befähigen, nach Konsternopel zu ziehen und mit gewaffneter Hand dort euer Recht zu suchen. Ihr sollt die Fahrt nicht allein antreten, sechzehn Söhne habe ich, die mit mir zusammen euch folgen werden, und fünfhundert Recken sind mir untertan. Da schwang Wolf Dietrich freudig das Schwert seines Vaters, als sei es eine Feder, und rief, auf nach Konsternopel, um mein Recht zu suchen. Erinner dich, bat hierauf Hildburg in Tränen, dass die beiden Bösewichte, die dich um Krone und Heimat gebracht haben, deine Brüder sind, und wenn du Sieger bist, dann sei großmütig und mild gegen sie und versündige dich nicht an dem eigenen Blut, denn sie sind Söhne deines Vaters und deiner Mutter gleich dir. So fuhren die Helden hinüber nach Konsternopel, landeten heimlich in dem großen Walde in der Nähe der Stadt, und Wolf Dietrich und Berchtung mit wenigen Begleitern ritten nach Konsternopel, um noch einmal mit den ungetreuen Brüdern in Güte zu unterhandeln. Wenn ihr mein Heerhorn hört, sagte Herzog Berchtung beim Abschied zu seinen Söhnen und zu den getreuen Recken, dann wisset, dass wir in Gefahr sind, dann eilet so schnell ihr könnt herbei, stellt euch jetzt gleich am Rande des Waldes mit euren Rossen auf, damit ihr zur Hand seid, wenn mein Heerhorn ertönt. Sonder Furcht sprengten Herzog Berchtung und Wolf Dietrich in den Hof des Königsschlosses von Konsternopel. Unangefochten traten sie in den Thronsaal, in welchem sich Boge und Wachsmut die falschen Brüder vor den Thronsesseln aufgestellt hatten. Seid ihr erschienen, um uns zu huldigen? fragte der freche Boge. Nein, wir sind gekommen, um mein gutes Recht zu suchen und euch zur Rechenschaft zu ziehen, Rebellen und Ungetreue, rief Wolf Dietrich. Lächerlicher Prahler, antwortete Wachsmut, wahre deine Zunge, wer will uns hindern, dich in den Turm zu werfen, wo er am tiefsten ist, um dich dort verfaulen zu lassen? Das hindere ich, schrie Herzog Berchtung und stieß mit der Scheide seines Schwertes derartig auf, dass die Halle erzitterte. »Närrischer alter Ziegenbart«, rief Fönisch Boge, »du willst auch noch mitreden? Ich lasse dir alle Haare deines Bartes einzeln ausraufen, du Narr. Ergreift ihn, Trabanten, und sperrt sie beide in den Turm.« Schon nahten sich die Schergen der beiden Brüder, als Wolf Dietrich seines Vaters Schwert zog und so fürchterlich dreinschlug, dass nicht nur die Trabanten, sondern auch die bösen Brüder schleunigst entflohen, denn mit fürchterlichen Hieben leistete ihm Herzog Berchtung Gesellschaft. Rechts und links alles niedermähend gelang es auch den beiden tapferen Helden, bis in den Hof zu kommen. Hier fanden sie ihre Rosse und wollten durch das Tor hinaussprengen, aber sie sahen dasselbe von Hunderten von Feinden besetzt. Da ergriff Herzog Berchtung sein Heerhorn und stieß mit aller Macht hinein, sodass die Rosse der Feinde scheuten und vor dem furchtbaren Schall zurückdrängten in die Lücke, die in der Feinderei entstand, warf sich Wolf Dietrich mit seinem guten Schwert und suchte einen Ausweg mit Gewalt, aber trotzdem ihm Berchtung half, konnten sie den Ausweg nicht finden, denn von allen Seiten kamen beständig neue Feinde herzu. Wie ein plötzlicher Gewittersturm eilten aber auch die sechzehn Söhne Herzog Berchtungs mit den 500 Recken herbei, ein schreckliches Fechten und Ringen entstand. Im ersten Anlauf wurden zwei Söhne Berchtungs getötet. Aber der alte Herzog biss die Zähne aufeinander und focht an seines Herren Seite weiter. Wie Sand am Meere war die Zahl der Feinde und sie vergrößerte sich fortwährend. In den Staub sanken die 500 Recken des Herzogs Berchtung und noch vier seiner Söhne fielen nach tapferer Gegenwehr tot von den Rossen. So waren nur noch zehn Söhne Herzog Berchtungs, dieser selbst und Wolf Dietrich übrig. Sie hätten der Zahl der Feinde erliegen müssen, wenn nicht Berchtung im letzten Augenblick befohlen hätte, einen Keil zu bilden, um in dieser Form durch die gepanzerten Reihen der Feinde zu brechen. In einem letzten verzweifelten Ansturm gelang dies und die zwölf Helden jagten aus der Stadt hinaus. Aber eine neue Schar von Feinden kam ihnen entgegen und drängte Wolf Dietrich ab. Dieser floh, sich auf sein gutes Ross verlassend quer über die Ebene, über Wiesen und Heide und so groß war die Geschwindigkeit seines Hengstes, dass ihn die Feinde nicht einholen konnten. Erst spät in der Nacht, als sich Wolf Dietrich überzeugte, dass keine Verfolger mehr hinter ihm waren, legte er sich zur Ruhe nieder und zwar in einem dichten Gebüsch. Neben ihm lag vollkommen ermattet sein treues Ross. Als der Morgen graute, fand Wolf Dietrich zum Glück eine Quelle, aus der er seinen und seines Rosses Durst stillen konnte. Dann machte er sich eilig auf, und da er überall die Streiter seiner Brüder sah und die Feinde an ihren Feldzeichen erkannte, ritt er tagelang auf Schleichwegen durch Wälder und am Ufer des Meeres entlang über unwegsame Gebirgspfade, bis er in ein Land kam, das gar lieblich anzusehen war und auf dessen Hügeln viele Burgen standen. Eine Burg aber zeichnete sich durch viele Türme aus, die im Sonnenglanze schimmerten. Am Meeresufer traf Wolf Dietrich einen Fischer und fragte ihn nach dem Namen des Landes. Alten Troja, entgegnete der Fischer. Und wer ist der Herr des Landes? Das Land hat keinen Herrn, der König ist gestorben, aber in seiner Burg dort drüben herrscht seine schöne Tochter Siegeminne. Ist sie den Fremden feindlich, oder kann man ihre Gastfreundschaft erbitten? Gastfreundschaft findet am Herde der Burg jeder ehrliche Mann, ausgenommen sind nur die Speer und Anhänger Drasians. Wer ist dieser Drasian? fragte Wolf Dietrich. Es ist der Häuptling eines wilden Gebirgsvolkes, ein Riese und Zauberer. Er trachtete schon lange danach, die schöne Siegeminne in seine Gewalt zu bekommen, um sie zu seinem Weibe zu machen, und unsere junge Königin darf es nicht einmal wagen, ihre Burg zu verlassen. Auch durch allerlei Listen, durch falsche Boten, die Drasian entzendet hat, versuchte er, unserer Königin Siegeminne zu schaden. Deshalb wird sie aufs Strengste von ihren Getreuen bewacht. Wenn ihr aber ein ehrlicher Mann seid, der nichts gegen die Königin im Schilde führt, so könnt ihr wohl um Gastfreundschaft dort in der Burg vorsprechen. Als Wolf Dietrich in die Burg kam, wurde er sofort von Bewaffneten umringt, die ihn nach Namen und Herkunft befragten und ihn nicht in das Innere der Burg lassen wollten, bevor er Rüstung, Schild und Schwert abgelegt habe. Doch Wolf Dietrich hielt es eines fahrenden Ritters für unwürdig, vor die Burgherrin ohne Waffen zu treten, und er kam in einen lebhaften Streit mit den Burgwächtern. Da nahte die junge Königin Siegeminne selbst, um zu sehen, was es gebe, und als Wolf Dietrich sie erblickte, war er von ihrer Schönheit so bezaubert, dass er Schwert und Schild von sich warf und auf das Knie vor der schönen Siegeminne sank, um ihr zu huldigen. Freundlich hob Siegeminne ihn auf und bat ihn, mit ihr in das Innere der Burg zu kommen, damit sie ihn mit Speise und Trank erquicke. Acht Tage blieb Wolf Dietrich in der Burg, bis er sich erholt hatte. Dann wollte er Abschied nehmen. Aber mit Tränen in den Augen bat ihn, Siegeminne noch bei ihr zu bleiben. Da wusste Wolf Dietrich, dass Siegeminne ihn liebte. Und da auch in seinem Herzen die Liebe längst zu ihr entbrannt war, beschloss er, bei ihr zu bleiben und sich ihr als Gatten zu vermählen. So war das Glück Wolf Dietrichs gemacht. Aber er vergaß seiner Elfgenossen nicht, von denen er sich bei dem Gefecht in Konsternopel hatte trennen müssen. Er sendete zuverlässige Boten nach Meran, um sich nach dem Schicksal Herzog Berchtungs und seiner zehn überlebenden Söhne zu erkundigen. Die Boten brachten gar schlimme Kunde. Der Herzog mit seinen zehn Söhnen war von den Feinden gefangen genommen, schmachtete im Burgverlies zu Konsternopel und Boge und Wachsmut hatten geschworen, dass die Freunde und treuen Gefährten ihres Bruders nie wieder das Licht der Sonne erblicken sollten. Die Nachricht von dem Unglück seiner Getreuen brach dem ehrlichen Wolf Dietrich fast das Herz. Der Kummer drückte ihn so, dass seine Gesundheit litt und Siegeminne mit Schrecken sah, wie ihr Gemahl von Tag zu Tag mehr die Lust am Leben verlor. Sie beschloss, ihn aufzuheitern und bereitete heimlich eine große Jagd vor. Im Gebirge ließ sie ein herrliches Zelt aufschlagen und alles zu längerem Aufenthalte einrichten. Wild wurde zusammengetrieben, damit Wolf Dietrich ein Ergötzen beim Erlegen der Tiere haben sollte und endlich bat Siegeminne schmeichelnd den Gemahl, er möge von seiner Traurigkeit lassen und mit ihr zum Walde ziehen, um dort wieder froh und lebenslustig zu werden. Ungern folgte Wolf Dietrich dem Wunsche seiner Gemahlin, aber nachdem er erst einige Tage im Walde gelebt und sich durch die Jagd gestärkt und erheitert hatte, kehrte sein Lebensmut zurück. »Sei bedankt, geliebte Siegeminne«, sagte er zu seiner Gemahlin, »dass du mich aus meinem Trübsinn und Verzweiflung herausgerissen hast. Der Lebensmut kehrt bei mir wieder, die Jagd hat mein krankes Gemüt geheilt. Lass uns noch einige Tage den Freuden des Waldes und der Jagd obliegen, dann will ich nach Konsternopel aufbrechen, um meine geliebten Freunde zu befreien.« Glücklich war die Königin Siegeminne über das Gelingen ihres Planes, mit fröhlichem Plaudern und Scherzen suchte sie die Heiterkeit ihres Gemahls zu steigern. Beide ahnten nicht, wie nahe ihnen das Unglück war. Drasian, der nichtswürdige Riese, hatte seine bösen Absichten auf Siegeminne nicht aufgegeben. Von dem Felseneiland, auf dem seine Burg stand und auf dem er hauste, war er mit seinen Schiffen nach alten Troja gekommen und umlauerte Wolf Dietrich und dessen Gemahlin. Die Zwerge, die im Dienste des Riesen standen, dienten ihm als Speer und benachrichtigten ihn über alles, was geschah. Sie teilten ihm mit, wie in dem Königsgezelt des Gebirgswaldes das glückliche Paar Wolf Dietrich und Siegeminne hausten, und die Gelegenheit schien dem bösen Riesen günstig, um jetzt seine schändlichen Pläne auszuführen. Ein herrlicher Morgen war angebrochen. Wolf Dietrich hatte sein Gefolge auf die Jagd geschickt und blieb selbst noch in heiterem Geplauder mit seiner geliebten Siegeminne vor dem Seidener Zelte sitzen. Feierliche Stille, nur unterbrochen von dem Rauschen des Waldes, das wie ein Atmen der Natur klang, umgab das glückliche Paar, welches stumm, eng aneinandergeschmiegt vor dem Zelte saß und sich des herrlichen Morgens erfreute. Plötzlich raste über den freien Platz vor dem Zelt ein gewaltiger Hirsch mit goldenem Geweih. Drasiander Zauberer hatte diesen Hirsch gesendet, um seinen schändlichen Plan auszuführen. Erstaunt blickte Wolf Dietrich auf das sonderbare Tier, aber im nächsten Augenblick packte ihn die Jagdlust. Er ergriff seinen Speer, sprang auf das gesattelte Ross und jagte hinter dem Hirsche her, der vor ihm durch das Dickicht des Waldes brach und ihn immer weiter von dem Zelte entfernte. Noch stand Siegeminne vor dem Zelt, mit der Hand die Augen gegen die Sonne beschattend und dem Gatten nachblickend, der soeben zwischen den Stämmern des Urwaldes verschwunden war, als eine schreckliche Hand sie packte und emporhob. Als sie aufsah, blickte sie in das grinsende, scheußliche Gesicht des Riesen Drasi an. »Hilfe! Hilfe, Wolf Dietrich, zu Hilfe!« gelte der Schreckensschrei der unglücklichen Siegeminne, aber vergebens war ihr Rufen. Niemand hörte sie. Drasi an schleppte sein Opfer in das Dickicht, wo sein Ross stand. Er schwank sich mit Siegeminne auf dieses Ross und sprengte dem Meere zu. Hier lagen seine Schiffe bereit, er bestieg das schnellste derselben und segelte mit Siegeminne davon. Länger als eine Stunde hatte Wolf Dietrich den sonderbaren Hirsch mit dem goldenen Geweih verfolgt, als plötzlich das Wild vor seinen Augen verschwand. Es war, als ob die Erde es verschlungen habe. Getrieben vom Jagdeifer suchte Wolf Dietrich noch eine Zeit lang nach dem seltenen Hirsch. Als er ihn aber nicht fand, kehrte er zu dem Gezelt zurück. Mit lautem Jagdruf kündigte er sich an, aber zu seinem Erstaunen kam Siegeminne nicht aus dem Zelt. Von Angst getrieben eilte er in das Gezelt und riß den Vorhang, der die Tür bildete, zurück. Das Zelt war leer. Siegeminne war verschwunden. Wolf Dietrich ergriff sein Jagdhorn und blies darauf so mächtig, dass von allenthalben seine Jäger herbeikamen. Niemand von ihnen hatte Siegeminne gesehen. Nach allen Seiten entzendete nun der unglückliche Wolf Dietrich seine Jäger, um Siegeminne zu suchen. Er selbst durchstreifte das ganze Gebirge in den nächsten Tagen, sich kaum einen Augenblick Ruhe und Zeit zum Essen gönnend. Alles war vergebens. Man erfuhr nur, dass der Riese Drasian mit seinen Schiffen an der Küste heimlich gelandet sei und dass er an dem Tage, an dem Siegeminne verschwunden war, eilig die Bucht, in der er seine Schiffe vor Anker gelegen, verlassen hatte. Nun gab es keinen Zweifel mehr, dass Siegeminne von Drasian geraubt war. Wolf Dietrich erlebte das, was man so oft auch heute noch im Leben an sich erfährt, dass ein großer Schmerz, den wir empfinden, ein schweres Leid, das uns angetan wird, verschwinden, wenn ein noch größeres Leid uns überkommt, das aber dieses noch größere Leid unsere Kräfte stärkt, unseren Mut hebt und uns Willenskraft und Unverzagtheit einflößt. Jetzt konnte Wolf Dietrich nicht an die gefangenen Freunde in Konsternopel denken. Er musste darauf bedacht sein, sein unglückliches Weib aus den Händen des Riesen zu befreien. Allein zog er aus, um Siegeminne wiederzuerobern. Über seiner kostbaren Rüstung trug er ein Pilgerkleid und als angeblicher Pilger durchzog er die Lande, bis er nach dem Eiland kam, auf dem sich die Burg Drasians befand. Es war eine herrliche Insel, auf welcher der gräuliche Riese hauste, prächtige Wälder, in denen die duftigsten Kräuter wuchsen und seltene Vögel liebliche Lieder sangen, umgaben die Burg. Vorsichtig schlich sich Wolf Dietrich bis in die Nähe der Burg und an einem Fenster sah er Siegeminne stehen, mit abgehärmtem Gesicht und verweinten Augen. Er sah, wie ein riesenhafter Mann, eben der Zauberer Drasian, zu Siegeminne trat und auf sie einredete, während Siegeminne den Kopf schüttelte. Er sah Siegeminne weinen und, als der Riese von ihr fortgegangen war, verzweifelt die Hände ringen. Das alles wollte ihm schier das Herz brechen, aber der Anblick der unglücklichen Gemahlin erfüllte ihn mit übermenschlichem Mut. Er trat in die Burg des Riesen und bat um Gastfreundschaft. Man führte ihn in den Speisesaal, wo Drasian ihn erwartete. »Wer bist du?« fragte Drasian. »Ein müder Pilger, der aus fernen Landen kommt. Entgegnete Wolf-Dietrich. Erzähle mir, was du Neues weißt,« sagte der Riese Drasian, »denn in jenen Zeiten war ein Pilger auf den Burgen ein hochwillkommener Gast, da er von fremden Menschen und Ländernberichten sowie Neuigkeiten erzählen konnte, die er auf seinen Reisen erfahren hatte.« An einer Säule aufgehängt, erblickte Wolf-Dietrich ein Tuch, das Siegeminne an dem Tage getragen, als Drasian sie geraubt hatte. Wie gebannt hingen seine Augen an diesem Tuch. »Was hast du mit dem Tuch?«, forschte misstrauisch Drasian. »Es hat so schöne Farben,« entgegnete Wolf-Dietrich. »Es gefällt mir wohl.« Drasian lachte laut auf. »Diejenige, der das Tuch gehört, würde dir noch besser gefallen. Sie hat noch schönere Farben in ihrem Gesicht, in ihren Augen und in ihrem Haar,« sagte prahlerisch Drasian. »Willst du sie sehen?« »Wenn es mir verstattet wäre,« entgegnete Wolf-Dietrich, »würde ich mich wohl freuen.« Drasian winkte einem der Zwerge, die ihm als Diener untertan waren, und er befahl ihm, Siegeminne herbeizuholen. Sofort bei ihrem Eintritt erkannte Siegeminne in dem Pilgrim den Gatten, aber sie beherrschte sich so wie Wolf-Dietrich und winkte ihm nur mit den Augen zu. Doch der misstrauische Drasian hatte diesen Blick aufgefangen und mit rauen Worten und Schimpfreden befahl er ihr sofort, den Saal zu verlassen und in ihre Kemenate zu gehen. Jetzt konnte sich Wolf-Dietrich nicht länger mehr beherrschen. Er warf das Pilgergewand von sich, zog sein Schwert und stellte sich zwischen Drasian und Siegeminne. »Wolf-Dietrich!«, schrie erschrockender Riese. »Ja, ich bin es!«, rief Wolf-Dietrich. »Und jetzt hat die Stunde da Rache geschlagen. Wehre dich, du Räuber!« »Halt ein!«, rief Drasian. »Wenn du ein ritterlicher Mann bist, so warte, bis auch ich mein Schwert habe. Willst du einen Unbewaffneten anfallen?« »Du bist ein Räuber und ein Dieb und hast kein Recht, ritterliche Behandlung zu verlangen. Doch soll niemand sagen, Wolf-Dietrich habe einen Unbewaffneten getötet. »Hole deine Waffen und wir werden kämpfen!« Drasian winkte den Zwergen und sie brachten drei Rüstungen herbei, eine aus Silber, eine aus Gold und eine dritte aus verrostetem Stahl. »Wähle!«, rief Drasian. »Da du dich ritterlich gegen mich verhältst, will ich es auch dir gegenüber tun. Wähle die Rüstung, die dir die beste scheint.« Ohne Besinnern nahm Wolf-Dietrich die Rüstung von verrostetem Stahl. Denn er hatte sofort gesehen, dass sie die stärkste und widerstandsfähigste war. Drasian war erschrocken, denn er wusste wohl, dass Wolf-Dietrich die härteste Rüstung ausgewählt hatte. Dann legte er selbst die silberne Rüstung an und schrecklich war der Kampf, der jetzt zwischen Wolf-Dietrich und dem Riesen begann. In einer Ecke des säulengetragenen Speisesaals, von dessen gewölbter Decke der Klang der Schwerter auf Schild und Rüstung widerhallte, lag sie geminne auf den Knien und flehte zum Himmel um den Sieg des Gatten. In eine andere Ecke zusammengedrängt, standen angstbebend die Zwerge, mit bleichem Antlitz den Ausgang des Kampfes erwartend. Furchtbar waren die Hiebe, die Drasian austeilte. Dreimal sank Wolf-Dietrich in die Knie, aber immer wieder raffte er sich empor und was Wolf-Dietrich an Kraft Drasian gegenüber abging, ersetzte er durch Gewandtheit und schnelle Hiebe. Auch Drasian taumelte, als ihn mit voller Wucht ein verzweifelter Hieb Wolf-Dietrichs traf, und diesen Augenblick benützte der Held. Noch hatte Drasian sich nicht wieder emporgerafft, als Wolf-Dietrich mit beiden Händen sein Schwert fasste und den Riesen so in die Lötung der Rüstung hieb, dass das Schwert durch die Rüstung in den Leib des Riesen drang und ihm das Herz zerschnitt. Mit einem zweiten furchtbaren Hiebe tötete Wolf-Dietrich seinen Gegner. Unter lautem Wegeschrei entflohen die Zwerge. Siegeminne aber warf sich jubelnd an die Brust des siegreichen Helden. Die Mannern des erschlagenen Drasian wagten nicht, dem Sieger ungehorsam zu sein. Nach seinem Befehl rüsteten sie einige Schiffe zur Abfahrt nach alten Troja. Alle Schätze, die in der Burg waren, wurden auf die Schiffe gebracht. Dann verbrannte Wolf-Dietrich die Burg Drasians mitsamt der Leiche des Riesen und fuhr mit den Schätzen Drasians und mit der wiedereroberten Siegeminne nach alten Troja zurück. Doch nur kurze Zeit sollte sich Wolf-Dietrich seines Siegs erfreuen. Die ausgestandene Angst, der monatelange Kummer, welchen Siegeminne ertragen musste, hatten ihre Gesundheit erschüttert, hatten ihre Kräfte aufgezehrt. Wenige Wochen nach der Rückkehr nach alten Troja erkrankte Siegeminne heftig und in kurzer Zeit verstarb sie. Wie trauerte das ganze Land um die schöne und liebenswürdige Königin. Doch Wolf-Dietrich fand keine Tränen und nicht eine Klage kam über seine Lippen. Es war ihm, als wäre sein Inneres vor entsetzlichem Weh versteinert, als wäre sein Herz abgestorben. Nachdem er aber der geliebten Gattin die letzte Ehre erwiesen, sie mit königlicher Pracht bestattet hatte, ordnete er die Angelegenheiten seines Reichs und beschloss, die letzte Aufgabe seines Lebens zu erfüllen, nämlich die Gefährten in Konsternopel aus der Knechtschaft zu befreien, allein und ohne jede Begleitung. Ebenso wie zur Befreiung seiner Gattin zog Wolf-Dietrich jetzt aus, gehen Konsternopel. Gen Osten nahm er seinen Weg und nach wenigen Tagen sah er vor sich eine gewaltige Burg. 30 Türme waren auf den dicken Mauern der Burg errichtet und mehr als 500 Köpfe erschlagener Recken waren zum Zeichen der Grausamkeit des Burgbesitzers auf den Zinnen der Türme aufgesteckt. Falkeneis hieß die Burg und der Riese und Zauberer Belian hauste ihn ihr mit seiner schönen Tochter. Wolf-Dietrich traf einen Landmann und dieser warnte ihn, die Burg zu betreten. Der Riese Belian ist ein Meister im Messerwerfen, sagte er. Jeden Gast fordert er zum Kampfe heraus und tötet ihn durch seine Kunst. Die 500 Häupte auf den Zinnen der Türme stammen von den Opfern, die von der Hand des Zauberers Belian getötet worden sind. Gerade diese Rede aber reizte, Wolf-Dietrich, das Abenteuer mit Belian zu wagen. Hatte er doch von Herzog Berchtung die Kunst des Messerwerfens gelernt und es zur Meisterschaft in derselben gebracht. So sprengte er kühn durch das Tor der Burg und war verwundert über die Schönheit der Tochter Belians, die ihn freundlich empfing. Auch Belian übte Gastfreundschaft und nahm Wolf-Dietrich gut auf. Bevor sie sich aber zu Tische setzten, fragte er ihn, wer er sei. Ich bin ein Pilger, der aus dem Morgenlande kommt, antwortete Wolf-Dietrich. Kennst du den König von alten Troja, Wolf-Dietrich? fragte Belian weiter. Niemals habe ich den Namen dieses Mannes gehört. Wärst du einer seiner Leute, so würde ich dich sofort töten, erklärte Belian, denn von diesem Wolf-Dietrich wird mir großes Unheil kommen. In den Sternen habe ich gelesen, dass ich im Kampfe von ihm besiegt werden soll. Glaubst du an Mahmed? Wolf-Dietrich schüttelte das Haupt. Ich glaube an den Gott der Christen, sagte er. Wer ist Mahmed? Es ist der mächtigste Gott der Heiden und in meiner Burg ist sein Bildnis aufgestellt. Vor diesem Bildnis wirst du morgen beten oder du wirst mit mir im Kampfe des Messerwerfens dich messen. Lasset den Fremden jetzt in Ruhe, Speise und Trank genießen, bat die schöne Tochter Belians, die Gefallen an Wolf-Dietrich gefunden hatte. So mag der Fremde morgen früh Mahmed seine Verehrung erweisen, sagte Belian. Wir wollen jetzt zum Marmorsaale gehen. Wolf-Dietrich glaubte, im Märchenlande zu sein, als er diesen Marmorsaal betrat. Mit den kostbarsten Stücken geschliffenen Marmors waren Decken, Wände und Fußboden des Saales ausgelegt. Vielerlei Gestalten aus purem Golde schmückten die Wände. In der Mitte der weiten Marmorhalle aber stand ein riesiger Baum aus lauterem Golde gefertigt und auf den Zweigen desselben saßen Vögel aus Gold und Edelsteinen gemacht und mit gar kunstreicher Einrichtung versehen. Wenn der Wind, der durch die Fenster kam, durch die Zweige des Baumes strich, begannen die Vögel wunderliebliche Weisen, einzeln und im Chore zu singen. Unter diesem Baume nahm Wolf-Dietrich mit den Gastgebern Platz und labte sich an köstlichen Speisen und herrlichem Trank. Mit dem süßesten Lächeln kredenzte ihm die Tochter Belians den Wein in goldenem Becher. Sie errötete, wenn seine Hand ihre Finger berührte, wenn sie ihm den Becher reichte und wenn Wolf-Dietrich seine Augen bewundernd auf der herrlichen Jungfrau ruhen ließ, dann sah er ihren leidenschaftlichen Blicken wohl an, dass sie von Liebe zu ihm, dem Fremden, ergriffen war. Nach dem Male führte die schöne Jungfrau Wolf-Dietrich durch die nicht enden wollenden Räume und Hallen der Burg. Auch in die Schatzkammern führte sie ihn und zeigte ihm den unermesslichen Reichtum ihres Vaters. Zuletzt aber brachte sie ihn in einen tempelartigen Raum, in dem das Marmorbildnis Machmeds, eines abscheulichen Götzen, stand. Mit zärtlichem Blick sagte die schöne Jungfrau, »Knie nieder mit mir, fremder Ritter, und bete Machmed an. Ich will deine Gemahlin sein, und du wirst Herr dieser Burg, aller Schätze und des Landes werden.« »Nimmer knie ich vor einem toten Stein«, entgegnete Wolf-Dietrich, »und niemals werde ich um Machmeds Willen meinen Gott verleugnen.« Die schöne Jungfrau ward traurig und geleitete schweigend Wolf-Dietrich nach dem Marmorsaal zurück. Als man dann zur Ruhe ging, trat sie noch einmal zu Wolf-Dietrich und sagte ihm leise, »Mag euch im Schlaf eine bessere Einsicht kommen, es ist von den Göttern so gefügt, dass nach durchschlafener Nacht uns bessere Entschlüsse kommen als am Tag, und dass weise Gedanken sternengleich aus dem dunklen Schleier der Nacht den Menschen leuchten.« Als Wolf-Dietrich zur Ruhe ging, musste er sich sagen, dass die Jungfrau nicht nur schön, sondern auch klug sei, wie ihre letzten Worte ihm dies bewiesen hatten. Doch nicht einen Augenblick dachte er daran, seinen Glauben aufzugeben, obgleich er wusste, dass am nächsten Tage ihm der Kampf mit Belian bevorstand. Als sich nach stärkendem Schlaf Wolf-Dietrich am anderen Morgen erhoben, begrüßte ihn die Tochter Belians mit schmeichlerischer Rede und zärtlichen Blicken. »Wisse, dass die heut Nacht große Gefahr durch den Zauber meines Vaters gedroht hat und dass ich diese Gefahr durch meine Bitten von deinem Haupte abgewendet habe. Hat dir die Nacht bessere Gedanken gebracht und willst du mit mir vor Mahmed beten? Siehe, ich liebe dich und ich will dein treues Weib sein, wenn du nur willst.« »Verzeihet, schöne Jungfrau«, entgegnete Wolf-Dietrich, »wenn ich eure Bitten nicht erfülle, aber es ist mir unmöglich, meinen Gott zu verleugnen.« Da ergrimmte die Jungfrau. Der Zorn loderte in ihrem Herzen auf, färbte ihre Wangen dunkelrot und mit fürchterlicher Stimme schrie sie Wolf-Dietrich zu, »Wehe dir, dass du mich verschmäht hast!« Gerüstet zur Abreise trat Wolf-Dietrich vor Belian, doch dieser verlachte den Helden. »Nicht sollst du lebend mehr meine Burg verlassen«, sagte er, »in wenigen Stunden wird dein Haupt von der Zinne des höchsten Turmes hinabgrinsen. Du hast meine Tochter verschmäht und Mahmed beschimpft. Ich könnte dich ohne weiteres töten, aber ich will dir ritterlich einen Kampf gewähren.« Er geleitete Wolf-Dietrich hinaus auf den Burgplatz, wo bereits Belians Recken auf ihn warteten. In kurzer Entfernung voneinander standen da zwei Schemel und auf jedem lagen drei gewaltige, haarscharf geschliffene Messer. »Lege deine Rüstung ab«, rief Belian, »wir kämpfen nur im Linnerngewand.« Während Wolf-Dietrich sich seiner Rüstung und seiner Waffen entledigte, befahl Belian, seinen Recken einen Kreis zu schließen, in dem sie Schildrand an Schildrand sich um die beiden Schemel herum aufstellten. Sorglich deckten sich die Recken hinter den eisernen Schilden, um nicht von den Messern getroffen zu werden. Dann nahm Belian die drei Messer zur Hand und bestieg den Schemel. Seinem Beispiele folgte Wolf-Dietrich. »Deine letzte Stunde ist gekommen«, rief Belian. »Mir gebührt als dem Könige und dem Burgherrn der Vorkampf, wahre dich!« Im nächsten Augenblick flog einst der Messer pfeifend durch die Luft und hätte Wolf-Dietrich nicht den Kopf rasch zur Seite gebogen, so wäre er verloren gewesen. So schnitt ihm das Messer haarscharf nur eine Locke vom Haupt. Belian stieß einen Fluch aus, hob das zweite Messer und schleuderte es nach dem Herzen Wolf-Dietrichs, ebenso wie er das erste nach dessen Kopf entzendet hatte. Aber wiederum bog sich Wolf-Dietrich geschickt zur Seite und das Messer flog unter seinem linken Arm durch, ohne ihn zu berühren. Wütend schwank Belian das dritte Messer, um es nach den Füßen des Feindes zu schleudern. Aber in dem Augenblick, in welchem das Messer angesaust kam, machte Wolf-Dietrich einen ellenhohen Sprung auf seinem Schemel und ohne Schaden flog das Messer unter ihm dahin und bis an das Heft jenseits des Schemels in den Sand. »Jetzt ist deine letzte Stunde gekommen«, rief Wolf-Dietrich ernst. »Nun sieh zu, ob dir Mahmed hilft. Wahre dich!« Wolf-Dietrich schleuderte das Messer nicht nach dem Herzen oder nach dem Kopfe des Feindes, sondern sofort nach den Füßen. Das hatte Belian nicht erwartet, und in einem Augenblick war sein rechter Fuß mit dem Messer an den Schemel festgespießt. Schon folgte das zweite Messer und nagelte auch den anderen Fuß des Riesen an den Schemel. »Du bist Wolf-Dietrich«, schrie Belian, »ich stehe ab vom Kampfe.« »Ja, ich bin Wolf-Dietrich«, rief der Held und entsendete das letzte Messer, welches Belian durch das Herz fuhr. Mit dem Schemel zusammen stürzte der tote Belian zu Boden. Entsetzt standen seine Recken und waren wie versteinert über den unerwarteten Fall ihres Herrn, aber Wolf-Dietrich schlüpfte in seine Rüstung, nahm Schild und Schwert und wollte aus dem Ring der Recken Belians hinaus. Da aber besannen sich diese, zogen die Schwerter und drangen auf ihn ein. Mit wilden Hieben brach sich Wolf-Dietrich Bahn. Fünfzig der gepanzerten Männer schlug er mit fürchterlichen Hieben zu Boden und die anderen ergriffen die Flucht. Sein Ross stand gesattelt bereit, Wolf-Dietrich schwank sich auf den Rücken des Tieres und sprengte zum Burgtor hinaus. Doch sofort zügelte er wieder sein Ross und riss es zurück. Der weite Wiesenplan vor der Burg war in eine brandende See verwandelt. Woge auf Woge kam zischend und rauschend heran und drohte Ross und Reiter zu verschlingen. Wohl ahnte Wolf-Dietrich, dass nur durch Zauberei die Wiese in ein tobendes Meer verwandelt worden sei. Er blickte um sich und sah auf den Zinnern der Mauer über dem Tore die Tochter Belians stehen und mit ihrem Zauberstabe weite Kreise in der Luft ziehen. Da sprang er vom Pferde, eilte hinauf, riss die Zauberin herunter und schwank sich mit ihr zusammen in den Sattel. Wenn ich und mein Ross ertrinken, so sollst du mit uns deinen Tod in den Wellen finden. Dann jagte er in die tobenden Fluten hinein. »Halt ein, halt ein«, schrie die Tochter Belians. Dann streckte sie die Hand aus und murmelte einen Zauberspruch. Da klangen plötzlich die Hufe des Rosses auf einer gläsernen Brücke, die sich weit über die schäumenden Wogen wölbte. »Lass mich frei«, bat die Königstochter, »du hast mich besiegt wie meinen Vater.« Wolf Dietrich ließ die Zauberin aus dem Sattel herabgleiten und sofort verwandelte sie sich in eine Elster, die nach dem Burghofe zurückflog. Gleichzeitig aber brach die gläserne Brücke unter den Hufen des Rosses und dieses stürzte mitsamt dem Reiter Bergetief hinab. Es war ein furchtbarer Fall, welcher Wolf Dietrich fast der Besinnung beraubte und als er endlich festen Boden unter den Hufen des Rosses bemerkte, sah er sich in einem Walde, dessen Bäume ringsum in hellen Flammen standen. Dem Tode geweiht schien der Held, denn das Feuer schloss ihn vollständig ein, doch mutig sprengte er mit dem treuen Ross mitten in die Flammen und dadurch war die Gewalt des Zaubers gebrochen. Das Feuer erlosch und in einem friedlichen, sondern durchglänzten Walde befand sich Wolf Dietrich mit seinem Pferde. An einer Quelle labten sich Ross und Reiter, dann setzten sie ihren Weg fort und nach langer Reise durch ein wildes Gebirge kamen sie in eine große Ebene, wo hochgetürmte Burgen, große Städte und freundliche Ortschaften lagen, silberne Flüsse ein fruchtbares Land durchflossen und große Viehherden von dem Reichtum des Bodens zeugten. Ein Wanderer kam deswegs daher und Wolf Dietrich fragte ihn, Welches Land ist dies? Es ist das Lamparten oder Lombardenland. Wer ist der König dieses Landes? O Herr, der König dieses Landes ist tot. Der ruhmreiche König Ortnit ist nicht mehr. Wie? rief Wolf Dietrich erstaunt. König Ortnit, der gewaltige Held, ist tot? Wer hat ihn überwunden? Habt ihr den herrlichen Helden gekannt? fragte der Wanderer. Gewiss, er war ein Freund meines Pflegers, des Herzogs Berchtung, und hat diesen öfters besucht. Auch mir war er wohlgesinnt, und mit reichen Geschenken hat er mich beehrt. Er ist nicht mehr, wiederholte der Wanderer traurig. Er ist das Opfer der Drachen geworden, die ein Zauberer in das Land gesendet hat. Mit seinem guten Schwerte Rosen, dem kein Panzer widerstehen konnte, zog König Ortnit aus, die Drachen zu erlegen, und wurde ihr Opfer. Und wer herrscht jetzt im Lampartenlande? Die schöne Sidrat, König Ortnits Töchterlein, die Vater und mutterlose Weise, hat den Thron bestiegen. Dort jene herrliche Burg ist Garden, und dort lebt Sidrat, unsere jetzige Königin. Schrecken und Trauer herrschen im Lande, denn noch immer fordern die Lindwürmer ihre Opfer, und wer jenen Wald dort betritt, ist verloren. Ich danke euch für das, was ihr mir berichtet habt, sagte Wolf Dietrich und belohnte den Wanderer mit einer goldenen Spange, die er von seinem Arme zog. Es scheint mir, ich bin zur rechten Zeit hierher gekommen. Dann sprengte er zur Burg Garden und wurde gar freundlich empfangen. Als Sidrat ihm die Hand reichte und er ihr mitteilte, er sei ein alter Freund ihres Vaters, brach das schöne Mädchen in Tränen aus, denn es erinnerte sich wieder des lieben Toten. Weinet nicht, bat Wolf Dietrich ergriffen von der Schönheit Sidrats, ich werde euren Vater und all die Opfer an dem Lindwurm rächen. Wie ihr wolltet ausziehen, um den Lindwurm zu bekämpfen? Das ist meine feste Absicht, sagte Wolf Dietrich. Schon viele haben vor euch das Abenteuer gewagt und haben ihr Leben dabei verloren. Auch der Graf Wildungen von Piterne ist seit gestern ausgeritten, um die Lindwürmer zu bekämpfen und nicht wiedergekehrt. Wisset, die Edlen des Lampartenlandes haben beschlossen, dass demjenigen, der die Drachen besiegt, die Krone und meine Hand zuteil wird. Mit Wonne blickte Wolf Dietrich auf das errötende, schöne Mädchen, als es ihm mitteilte, dass seine Hand der Preis des Siegers sein sollte. Und wenn es zehn Lindwürmer wären, rief Wolf Dietrich, ich will es wagen. Zu seiner Stärkung nahm er ein wenig Speise und trank zu sich. Dann brach er auf und ritt nach dem Walde, in dem der Lindwurm hauste. Nicht lange brauchte Wolf Dietrich auf das Untier zu warten. Ein furchtbares Brausen und Getöse trank durch die feierliche Stille des Waldes. Das Brechen des Holzes im Waldesdickicht bezeichnete die Ankunft des Drachen, der die jungen Stämme des Waldes wie Strohhalme knickte und dessen glühender Atem das Laub versenkte. Aus dem Gebüsch ragte plötzlich ein fürchterliches Drachenhaupt empor. Vor Schreck wieherte das Ross laut auf und blieb wie versteinert stehen. Auch Wolf Dietrich sah mit bangen Blicken die schreckliche Gestalt des Drachen aus dem Gebüsch hervortreten. Doch schnell hatte sich der Held gefasst. Er schwank seinen Speer und schleuderte ihn gegen den Lindwurm. Allein von der Hornhaut des Ungeheuers prallte die Waffe ab wie von einer Erzernenwand. Da sprang Wolf Dietrich aus dem Sattel und ging mit seinem guten Schwerte dem Ungeheuer zu Leibe. Doch ohne Wirkung blieben die fürchterlichen Hagel gichten Hiebe, die Wolf Dietrich auf die Hornhaut des Lindwurms führte. Begleitet von einem Wehlaut Wolf Dietrich zersprang das Schwert und waffenlos stand er nun dem Ungeheuer gegenüber. Mit einem einzigen Biss seines furchtbaren Maules ergriff der Drache den treuen Streithengst und mit seinem Zagel, seinem Schweife umschlank er Wolf Dietrich. Er eilte mit der doppelten Beute nach seiner Höhle, denn fünf Junge hatte der Lindwurm zu ernähren. Diesen warf er Ross und Reiter zu und so gewaltig war der Sturz, dass Wolf Dietrich besinnungslos wurde. Hungrig fielen die jungen Lindwürmer über das Ross her, während der alte Lindwurm davon eilte, um neue Beute zu holen. Auch Wolf Dietrich wäre verloren gewesen, wenn er nicht durch den Zagel des Drachen in den hintersten Winkel der finsteren Höhle geschleudert worden wäre. Da er erregungslos liegen blieb, bemerkten ihn die jungen Lindwürmer nicht, und so entging er ihren schrecklichen Rachen. Durch ein gewaltiges Schnarchen erwachte endlich Wolf Dietrich aus seiner Betäubung. Das Licht des Morgens fiel bereits in die Höhle und allmählich gewöhnten sich die Augen des unglücklichen Gefangenen an das Halbdunkel. Da sah er nebeneinander fünf junge Lindwürmer liegen und schlafen, und in ihrer Nähe schnarchte fürchterlich der alte Lindwurm, der vom Fraß des Abends vorher noch schwerfällig und wie betäubt war. Aus dem Winkel, in welchem Wolf Dietrich lag, sah er etwas Rotes leuchten und strahlen. Waren das die Augen eines Lindwurms? Vorsichtig streckte Wolf Dietrich seine Hand nach dem glänzenden Etwas aus und fühlte den Griff eines Schwertes. Am Knauf desselben befand sich ein Karfunkel von übernatürlichem Glanz. Das war Rosen, das berühmte Schwert König Ortnitz. Wohl kannte Wolf Dietrich dasselbe aus früherer Zeit, aber noch ein zweiter glänzender Gegenstand lag unter dem Schwert. Es war ein Fingerring mit glänzenden Steinen, ebenfalls das Eigentum König Ortnitz. Und sieh da, auch ein Schild lag zwischen Menschenknochen, den Resten König Ortnitz und der anderen Opfer, welche die Lindwürmer verzehrt hatten. Prüfend schwank Wolf Dietrich das herrliche Schwert Rosen durch die Luft. Dann stiess er es durch das Herz des ersten jungen Lindwurms, der, ohne einen Laut von sich zu geben, verendete. Mit gleichsicherer Hand tötete Wolf Dietrich drei weitere junge Lindwürmer. Als er aber den fünften und letzten erstechen wollte, glitt das Schwert an der festen Haut des Tieres ab, und das Herz wurde nicht sofort getroffen. Einen gellenden Schmerzensschrei stieß der junge Lindwurm aus, und mit furchtbarem Schnauben erhob sich jetzt der alte Drache aus dem Schlafe. Aber ehe er noch wusste, was geschehen war, stieß ihm Wolf Dietrich das herrliche Schwert Rosen in die Weichteile des Unterleibs. Immer tiefer bohrte er es in die Eingeweide des Lindwurms, bis dieser mit einem grässlichen Gebrüll empor sprang und sich an der Decke der Höhle den Schädel einschlug. Zur Sicherheit stieß auch ihm Wolf Dietrich, nachdem er den fünften jungen Lindwurm vollständig getötet, noch das gute Schwert Rosen durch das Herz. Dann eilte er aus der Höhle, um aus dem entsetzlichen Gestank der Lindwürmer zu kommen. An einer Quelle stillte er seinen Durst und reinigte sich und die herrlichen Waffen des Königs Ordnit. Darauf ging er nach der Höhle, schnitt den toten Drachen die Zungen aus, verwahrte sie in seinem ledernen Vorratsbeutel und machte sich auf den Weg nach Garten zurück. Aber es fehlte ihm sein treues Ross, um ihn schnell aus dem Walde herauszubringen. Außerdem hatte sich Wolf Dietrich, als er im Zagel des Drachen zur Höhle geschleppt worden war, die Richtung nicht merken können. So ging er gerade entgegengesetzt von der Burg, kam immer tiefer in den Wald hinein und schließlich in die Berge, in denen er tagelang umherirrte. Beeren und Wurzeln waren seine Nahrung und an den Felsenquellen löschte er seinen Durst. Unterdessen war Graf Wildungen von Piterne mit seinen Knappen ebenfalls in den Wald gekommen, hatte sich aber so vorsichtig der Höhle des Drachen genähert, dass er dort erst eintraf, nachdem Wolf Dietrich bereits die Drachen erschlagen und die Höhle verlassen hatte. Graf Wildungen von Piterne war ein Feigling, ein lügnerischer und missgünstiger Wicht. Er gedachte, den Lindwurm nicht in offenem Kampfe zu besiegen, sondern schickte seine Knappen fort, speicherte vor der Höhle des Drachen reisig auf und zündete dieses an, damit der Rauch in die Höhle zöge und den Lindwurm ersticke. Der Graf selbst versteckte sich, um nicht von dem Drachen entdeckt zu werden, wenn dieser wütend aus der Höhle herausfuhr, aber nichts rührte sich. Zum zweiten Mal machte der Graf ein Feuer, um den Drachen auszuräuchern. Als aber auch dann noch kein Lebenszeichen aus der Höhle kam, wagte er es, in die Schlucht einzudringen. Zu seinem Erstaunen sah er hier den Drachen und seine Jungen bereits getötet. Umso besser, dachte der missgünstige und hämische Graf, hier hat ein anderer bereits das Werk vollendet, aber ich werde die Früchte ernten, da jener andere so töricht war, nicht die Siegeszeichen mit sich zu nehmen. Darauf hieb er mit vieler Mühe dem Alten und den jungen Drachen die scheußlichen Köpfe ab, schleppte sie vor die Höhle und stieß dann mächtig in sein Jagdhorn. Auf dieses Zeichen eilten seine Knappen herbei und sahen den Grafen in stolzer Haltung zwischen den abgeschlagenen Köpfen der Drachen stehen. »Heil dem ritterlichen und tapferen Grafen Wildungen«, schrien die Knappen, und der lügnerische Graf nahm diese Lobpreisung mit lächelndem Gesicht entgegen. »Ich habe die Drachen in furchtbarem Kampfe getötet«, erklärte Graf Wildungen. »Nehmt diese Köpfe und traget sie an den Hof des ehemaligen Königs Ordnit. Ich gehe mit euch, um den Siegespreis zu heischen, die Krone Ordnitz und die Hand seiner schönen Tochter.« Auf Tragbaren, die sie aus Zweigen zusammengeflochten, trugen die Knappen die Häupter der schrecklichen Ungeheuer vor dem Grafen her, der sein Ross bestiegen hatte und stolz wie ein wirklicher Drachentöter hinter seinen Ruhmeszeichen herzog. Als man sich Garten näherte, lief das Volk herbei, und als es die Köpfe der gefürchteten Ungeheuer erblickte, brach es in ein lautes Freudengeschrei aus. Der Jubelruf pflanzte sich mit außerordentlicher Schnelligkeit fort. »Die Drachen sind tot! Heil dem Helden und Drachensieger, dem Grafen Wildungen von Piterne!« Alle Lamparten, Männer, Weiber und Kinder, die dem Zuge begegneten, schlossen sich ihm an, sodass er immer gewaltiger und größer wurde. Noch ehe der Siegeszug Garten erreicht hatte, hörte Sidrat das Geschrei und bald verstand sie auch, dass der Sieger, der die Drachen getötet habe, da klopfte ihr Herz höher in Hoffnung und Freude, denn sie glaubte nicht anders, als dass Wolf Dietrich siegreich zurückkehre, um die Krone und ihre Hand als Preis zu fordern. Sie liebte Wolf Dietrich, und mit Freuden wäre sie seine Gemahlin geworden. Doch wie groß war die Enttäuschung Sidrats, als der Sieger nun in den Schlosshof einritt und sie den Grafen Wildungen von Piterne erkannte, Das hässliche Gesicht des Grafen sah jetzt entstellt aus durch das Grinsen des Stolzes und des Triumphes. Mit lächerlich stolzer Gebärde näherte er sich der schönen Sidrat und sagte, auf die Köpfe der Ungeheuer deutend, Da seht ihr, was ich getan habe. Die Krone des Lampartenlandes gehört mir, und ihr werdet mein eheliches Gemahl. Lasset alles zur Hochzeit rüsten, denn in spätestens drei Tagen werdet ihr mir angetraut. Es sei, wie ihr saget, antwortete Sidrat, ich muss mein Wort halten und dem Drachentöter, der meinen Vater richte und das Land befreite, meine Hand reichen. Dann entfernte sich aber Sidrat, um in ihrer Kemenate ihren Schmerz auszuweinen. Welch eine Enttäuschung war ihr doch widerfahren. Anstelle des geliebten Mannes, des herrlichen Reckenwolf Dietrich, sollte sie jetzt den hässlichen und widerwärtigen Grafen Wildungen von Piterne heiraten. Der Schmerz und Kummer machten Sidrat so krank, dass die Hochzeit verschoben werden musste. Wo war Wolf Dietrich? Sidrat musste annehmen, dass auch er ein Opfer der Drachen geworden sei, sonst wäre er doch längst wiedergekehrt. So kam zu allen ihren Sorgen auch noch der Schmerz um den Verlust des geliebten Mannes. Acht Tage waren schon vergangen, seitdem Graf Wildungen zurückgekehrt war und nicht mehr länger konnte die Hochzeit aufgeschoben werden. Mit Barschen und rohen Worten forderte der Graf sein gutes Recht und so wurde denn für den Nachmittag das Hochzeitsmahl bereitet, nach dessen Beendigung vor dem Altar Sidrat die Gattin des Grafen Wildungen werden sollte. Am Mittag jenes Tages hatte Wolf Dietrich endlich nach langer Irrfahrt Garten wieder erreicht. Schon bevor er die Burg betrat, wusste er von den Leuten, denen er in seiner Pilgertracht begegnet war, welches Fest nachmittags auf Garten gefeiert werden sollte und wie sich der freche Graf Wildungen als Sieger und Drachentöter preisen ließ. Unerkannt trat Wolf Dietrich in die Burg und in seinem einfachen Pilgergewande konnte er es nicht wagen, bis an die Hochzeitstafel zu treten. Er mischte sich unter das niedere Volk, das an der Pforte stand und die schönen Frauen und Helden anstaunte, die beim Male saßen. Freude und Grimm erwachten im Herzen Wolf Dietrichs, als er die schöne Sidrat mit vergrämtem Gesicht und rot geweinten Augen an der Hochzeitstafel sitzen sah. Freude erfüllte ihn, denn er sah, dass Sidrat nur widerwillig die Gattin des Grafen Wildungen werden sollte, weil sie wahrscheinlich an ihn, Wolf Dietrich, dachte und ihn als Sieger zurückerwartet hatte. Grimm aber erfüllte ihn, weil durch das lächerliche Gebaren des Grafen Wildungen die schöne Sidrat in Kummer und Sorge gestürzt worden war. Aber auch Sidrat hatte die stattliche Gestalt Wolf Dietrichs, die alles Volk um Haupteslänge überragte, bemerkt. Es fiel ihr eine Ähnlichkeit des ärmlich gekleideten Pilgers mit dem herrlichen Wolf Dietrich auf, und sie sendete dem Fremden nach Landesart einen goldenen Becher, gefüllt mit Wein als Willkommgruß. Mit einem Zuge lehrte Wolf Dietrich denselben und warf dann den Ring des Königs Ordnit in den Becher, welcher der Königin gebracht wurde. Laut schrie Sidrat vor Freude auf, als sie den Fingerreif mit dem blitzenden Steine erkannte, den ihr toter Vater einst getragen hatte. Kommt hierher, Fremder, sagte sie, wer seid ihr? Wie kommt ihr zu diesem Ring, den mein armer, verstorbener Vater trug und den er nie von seinem Finger ließ? Er hat ihn auch nicht so lange er lebte von seinem Finger gelassen. Er ist erst von dem Finger des Toten gefallen. In der Höhle des Drachen liegt das Gerippe König Ordnitz und der anderen Opfer, die der Drachen Beute wurden. Wie, ihr seid in der Drachenhöhle gewesen? fragte Sidrat. Ich war in der Drachenhöhle, als ich die Drachen erschlug, antwortete Wolf Dietrich kurz. Wütend fuhr Graf Wildungen auf und rief den Trabanten zu, ergreife diesen frechen Lügner und fesselt ihn, der es wagt, lügnerisch sich den Sieg über die Drachen zuzuschreiben. Mit wenigen kräftigen Stößen seiner Arme warf Wolf Dietrich die herbeieilenden Trabanten zurück und rief mit dröhnender Stimme durch den Saal, Graf Wildungen von Piterne ist ein Lügner und elender Feigling. Eines anderen Erfolge maßt er sich an und schämt sich nicht, einen Preis zu fordern, den er nimmermehr verdient hat. Wütend griff Graf Wildungen an sein Schwert. In diesem Augenblick aber warf Wolf Dietrich das Pilgergewand von sich und stand in glänzender Rüstung inmitten der Hochzeitsgesellschaft da. Wolf Dietrich schrie jubelnd Ziedraht auf. Ja, Wolf Dietrich bin ich, rief der Held und zückte drohend das herrliche Schwert Rosen, das er in der Drachenhöhle gefunden hatte gegen den Grafen Wildungen, der wie versteinert stehen blieb. Dann beugte Wolf Dietrich das Knie vor Ziedraht und zeigte ihr das Schwert. Kennt ihr diese Waffe? fragte er. Es ist Rosen meines Vaters Schwert. Ich fand es dort, wo auch der Fingerreif eures Vaters lag, in der Drachenhöhle. Hört nicht auf den frechen Lügner, schrie Graf Wildungen, der mir einen Siegespreis entreißen will. Habe nicht ich die Köpfe der Drachen mit mir gebracht? Habe nicht ich die Beweise geliefert, dass ich die Drachen erschlagen? Ängstlich blickte Siedraht auf Wolf Dietrich und sagte, der Graf von Piterne brachte die Häupter der Drachen mit sich. Sein Verdienst ist es, den Drachen die Köpfe abgeschlagen zu haben. Nachdem ich sie getötet, entgegnete Wolf Dietrich. Und wie wollt ihr eure frechen Lügen beweisen, schrie der Graf? Öffnet die Rachen der Ungeheuer, befahl Wolf Dietrich. Mit Grausen wagten es nur die tapfersten Männer, die mit fürchterlichen Spitzzähnen bewaffneten Rachen der Ungeheuer zu öffnen. Wo sind die Zungen der Drachen? fragte Wolf Dietrich. Die Zungen? antwortete unsicher Graf Wildungen. Drachen haben keine Zungen, das weiß jeder, der jemals mit Drachen zu tun gehabt hat. Aber hier sind noch die Überreste der Zungen in den Rachen der Ungeheuer. Die Drachenzungen sind nicht länger als das, was ihr Überreste der Zungen nennt, versuchte Graf Wildungen sich herauszureden. Da öffnete Wolf Dietrich seine lederne Tasche, nahm die Zungen der Drachen heraus und fügte sie in die Mäuler der Ungeheuer. Stumm schauten ihm Sidrat und die lampartischen Recken zu, dann aber brach ein lautes sich dem Drachentöter, riefen die Helden und Sidrat zank an Wolf Dietrichs Herz, dann aber schrien die lampartischen Recken, Tod dem Lügner, Tod dem ehrlosen Wicht. Von allen Seiten drangen sie mit gezogenen Schwertern auf den verlogenen Grafen Wildungen ein. Der feige Lügner warf sich Wolf Dietrich zu Füßen und umklammerte jammernd dessen Knie. Rettet mich, sagt ja, ja, ich habe gelogen, ich fand die Drachen tot in der Höhle. Steh auf, sagte Wolf Dietrich großmütig zu dem verlogenen Gegner, die Ehre hast du verwirkt und dein Leben dazu, doch das Letztere schenke ich dir, zieh von dann an und lass dich in diesem Lande nicht mehr sehen, denn hier gilt du für ehrlos und vogelfrei bist du, dein Haupt ist verfallen jedem, der dich töten will. Gedemütigt schlich Wildungen aus dem Festsaal und verließ Garten sowie das Lampartenland. Unterdessen aber war die Krone Ortnitz herbeigebracht worden. Sidrat selbst setzte sie auf das Hauptwolf Dietrichs und die anwesenden Recken die schönen Frauen und das Volk das an den Pforten stand und den Burkhof füllte riefen laut Heil Wolf Dietrich dem Könige vom Lampartenland und seiner Kraft und Weisheit herrschte Wolf Dietrich im Lampartenlande. Reiches Glück blühte ihm an der Seite der schönen Sidrat seiner teuren Gemahlin, aber in seinem Glück vergaß er nicht die treuen Genossen, die noch in Konsternopel schmachteten. Nachdem er die Angelegenheiten des Lampartenlandes mit starker Hand geordnet hatte, berief er dreitausend der tapfersten Ritter, um mit ihnen nach Konsternopel zu ziehen. Wohl weinte die Königin Sidrat, als nach so kurzem Glück ihr Gemahl schon wieder zu Krieg und Abenteuern auszog, aber sie konnte ihn nicht zurückhalten. Sie wusste wohl, dass es seine Pflicht war, den Genossen die Rettung zu bringen, die er schon so oft versucht hatte. Wohl hatten die bösen Brüder Wolf Dietrichs Boge und Wachsmut den Strand mit Dietrich kannte sein Heimatland zu gut, als dass er nicht die Aufmerksamkeit der Strandwächter getäuscht hätte. In einer abgelegenen Bucht in der Nähe von Konsternopel ging er mit seinen Schiffen vor Anker. Als sein Heer gelandet war, berief er dessen Führer zu sich und sagte, Ich führe euch bis in die Nähe von Konsternopel. Dort bleibet ihr im Walde verborgen. Ich selbst, der ich Wege und Stege in meinem Heimatland kenne, werde nach Konsternopel gehen und dort die Gelegenheit auskundschaften. Bleibet hier, bis ihr den Schall meines Heerhorns vernehmet, dann eilet dorthin, woher der Schall kommt, denn ich bin dann in Not und Gefahr. Das Pilgerkleid, das ihm schon so oft als Verkleidung gedient hatte, legte Wolf Dietrich an und gelangte gegen Abend unangefochten und unerkannt in die Stadt. Er erkundigte sich bei den Kaufleuten des Basars nach den Gefangenen und erfuhr, in welchem Turme sie eingekerkert waren. Schon war es Nacht geworden, als Wolf Dietrich an die Pforte dieses Turmes pochte. Öffnet, befahl er dem Hüter und Wächter des Turmes, ich bringe euch wichtige Befehle vom Herrn des Landes. Erstaunt öffnete der Hüter des Turmes und wollte die Tür sofort wieder schließen, als er einen Fremden bemerkte, aber mit Gewalt drang Wolf Dietrich ein, warf das Pilgerkleid ab und herrschte den Hüter an, ich bin Wolf Dietrich, der wahre und wirkliche Herrscher dieses Landes und du hast meinen Befehlen zu gehorchen, falls dir dein Leben lieb, hole die Gefangenen aus dem Turme herauf. Zitternd gehorchte der Hüter und die zehn Söhne Herzog Berchtung traten abgemagert, krank vor Not und Jammer vor Wolf Dietrich. Wie sie aufjubelten, wie ihre Freuden Tränen flossen, als sie Wolf Dietrich erkannten. Wo ist euer Vater, rief Wolf Dietrich, wo ist mein Meister, mein Lehrer und väterlicher Freund Antwort. Da stürzten Tränen aus den Augen Wolf Dietrichs, er bedeckte sein Angesicht mit den Händen, sank in die Knie und weinte bitterlich. Doch dann ermahnte er sich, zog die Söhne Berchtungs an sein Herz, sagte ihnen, dass er gekommen sei, um sie zu befreien und ihnen alles zu vergelten, was sie um seinet Willen gelitten hatten. Er befahl dem Hüter des Turmes Speise und Trank herbeizubringen, damit nach so langer Gefangenschaft und körperlicher Not sich die Söhne Herzog Berchtungs stärken konnten. Bis zum Morgen blieben die Gefangenen mit Wolf Dietrich zusammen und als das Sonnenlicht emporstieg, begrüßten es die Söhne Herzog Berchtungs mit Freuden, Tränen, hatten sie doch seit vielen Jahren die Sonne nicht mehr gesehen. Doch die Dämmerung eiligst zu Boge und Wachsmut zu laufen, damit er ihnen von der Anwesenheit Wolf Dietrichs Mitteilung mache. Das Verschwinden des Hüters war aber bemerkt worden und Wolf Dietrich wusste wohl, welche Gefahr jetzt drohte. Er ließ das Tor des Turmes von innen verrammeln und so versichern, dass man nicht ohne weiteres eindringen konnte. Dann begab er sich mit den befreiten Gefangenen in das oberste Stockwerk des Turmes. Als die Sonne aufging, war der Turm umringt von Bewaffneten und unter der Menge entdeckte Wolf Dietrich auch seine beiden verräterischen Brüder, welche ihre Getreuen anfeuerten, sich um jeden Preis der Gefangenen im Turme zu bemächtigen. War erst Wolf Dietrich in ihrer Hand, dann sollte er sterben, damit sie auf immer von der Sorge befreit wurden, dass er sie doch einst wieder vom Throne stoßen könnte. Vergeblich suchten die Bewaffneten im ersten Ansturm den Turm zu nehmen, das Tor leistete Widerstand und Wolf Dietrich mit den Söhnen Berchtungs brachen Steine aus der Mauer und schleuderten sie von oben auf die Angreifer herab, aber fortwährend vermehrte sich die Zahl derselben und Boge und Wachs Mut gaben Befehl Holz herbeizuschaffen, den Turm ringsum damit zu belegen und dann das Holz anzuzünden, damit die Insassen des Turmes zu Tode geräuchert würden. Doch schon als die ersten Anstalten zur Verbrennung des Turmes und seiner Insassen getroffen wurden, wusste Wolf Dietrich, was seine ehrlosen Brüder vorhatten und dass die Stunde der höchsten Gefahr gekommen sei. Jetzt setzte er sein Horn an den Mund und blies, dass es über die ganze Stadt tönte. Boge und Wachsmut verlachten Wolf Dietrich und verhöhnten ihn, aber eine Stunde später, gerade als der Holzstoß in Brand gesetzt werden sollte, stürmte wie eine Winzbraut eine Reiterschar heran die getreuen Mannen Wolf Dietrichs und hieb mit ihren Schwertern in die Schade überraschten Turmbelagerer ein, was nicht unter den Streichen der Lamparten fiel, musste sich auf Gnade oder Ungnade ergeben. Noch waren die Bürger Konsternopels nicht vollständig aus dem Schlafe erwacht, als Boge und Wachsmut gefangen in dem Turm saßen, in welchem sie ihren Bruder mit Herzog Berchtung Söhnen hatten verbrennen wollen. Durch die Straßen Konsternopels aber gelte der Ruf Wolf Dietrich ist da, der wirkliche Herr von Konsternopel und seine Brüder liegen gefangen im Turm. Begleitet von den Söhnen Herzog Berchtungs hielt Wolf Dietrich seinen Einzug in die Burg seiner Väter. Von allen Seiten eilten die großen und vornehmen Ritter herbei, um ihm zu huldigen. Es befinden sich unter euch ungetreue, rief Wolf Dietrich den Vornehmen des Landes zu, welche mich nicht für ihren König gehalten haben und meinen Brüdern Beistanden, liefert mir diese Leute zu verdienter Bestrafung aus. Zitternd und mit gesenkten Häuptern traten die Schuldigen vor. Ich bin nicht gekommen, um Schrecken und Tod unter euch zu verbreiten, rief Wolf Dietrich, ich will euch verzeihen, wenn ihr mir den Lehenseid leistet und mir schwört, von jetzt ab treue Vasallen zu sein. Mit Freuden Tränen schworen die Schuldigen den verlangten Eid, dann wendete sich Wolf Dietrich an die anderen Ritter und sagte, Was soll denjenigen geschehen, die mir nach dem Leben trachteten, die mich um Thron und Vaterland gebracht haben? Sie haben den Tod verdient, den schmählichen Tod durch Henkers Hand, lautete die Antwort. Jetzt ließ Wolf Dietrich seine verräterischen Brüder Boge und Wachsmut aus dem Turm herbeiholen und stellte sie ihren bisherigen Anhängern gegenüber. Seht, sagt er zu seinen Brüdern, wie sich das Glück wendet. Diese Leute, die gestern noch eure getreuen Recken waren, haben euch jetzt zum schmählichen Tode verurteilt. Zehnfach habt ihr diesen Tod verdient. Unheil, das nie wieder gut gemacht werden kann, ist durch euch über edle Menschen gekommen. Unsere Mutter Hildburg ist aus Gram über euer erbärmliches Verhalten gestorben. Den ritterlichen Herzog Berchtung, der Vaterstelle an mir vertrat, habt ihr im Turme zu Tode gepeinigt. Wahrlich, kein Tod ist grausam genug, um das, was ihr verbrochen habt, zu söhnen. Doch eure Mutter, die auch meine Mutter gewesen ist, hat mich, als ich zum ersten Male gegen euch auszog, beschworen, nicht zu vergessen, dass gleiches Blut in euren wie in meinen Adern fließt. Ich will nicht euren Tod. Zieht von dann an, nehmt so viel Schätze mit euch, als ihr braucht. Doch schwöret einen Eid, dass ihr nie wiederkehren, dass ihr nie wieder den Versuch machen werdet, den Thron, der euch nicht zukommt, an euch zu reißen. Heil dem milden, dem großmütigen Herrscher riefen, die im Saale versammelten. Boge und Wachsmut leisteten den verlangten Eid, nahmen mit, was sie brauchten, um im fernen Lande leben zu können und verließen Konsternopel noch an demselben Tage. Nun war es Wolf Dietrichs Pflicht, an den Söhnen Herzog Berchtungs wieder gut zu machen, was das Schicksal ihnen um seinetwillen auferlegt hatte. Nichts weniger hatte Wolf Dietrich den Söhnen Herzog Berchtungs zugedacht, als sie zu Mitherrschern in seinem weiten Reiche zu Lampartenlandes. Hache bekam die Herrschaft Breisach am Rhein, Berchter übernahm seines Vaters Herzogtum Meran, und die anderen Söhne Berchtungs wurden mit reichen Gütern und Herrschaften in Alten Troja, im Lampartenlande, in Italien und in der Nähe von Konsternopel bedacht. Als Sieger kehrte Wolf Dietrich nach Garten zu Frau Sidrat zurück, die ihn mit unsäglicher Freude empfing. Da Wolf Dietrich seinen Regierungssitz nach Rom und lenkte von hier aus die Geschicke der weiten Länder, die ihm untertan waren. Lange und glücklich lebte Wolf Dietrich mit Sidrat und es war ihnen ein Sohn geboren, der nach seinem Großvater Hug Dietrich genannt wurde. Hochbetagt und lebenssatt starb Wolf Dietrich zu Rom. Doch sein und Herzog Berchtungs geschlecht lebte fort und berühmte Helden sind aus ihm hervorgegangen. Herbrands Sohn war Hildebrandt, der berühmte Meister Hildebrandt, den die deutsche Sage preist und den auch das Nibelungenlied als getreuen Gesellen Dietrichs von Berne rühmt. Haches Sohn wurde der getreue Eckhart, der Warner und Hüter aller Edlen, Unschuldigen und Wehrlosen. Hug Dietrich, der Sohn Wolf Dietrichs, hatte drei Söhne, Dieter, Ermahnerich und Dietmar. Dietmars Sohn aber war Dietrich von Berne, von dessen Heldentaten uns das Nibelungenlied berichtet.